Also wir schauen uns an, Betrug, Kampf der Kaffeefahrt, eine NDR-Doku. Die Reportage habe ich vorhin erzählt, da ist anscheinend ein pensionierter Polizist, der da mitfährt und die Leute hops nimmt. Ich bin gespannt. Darum laufen sie blindlings in die Demenz rein. Statt eines Ausflugs findet eine Verkaufsveranstaltung statt, in meist abgelegenen Gasthöfen. Das ist doch Betrug. Er kämpft gegen diesen Betrug, der ehemalige Polizeikommissar Bernhard Stitz. Wenn er erfährt, dass mal wieder Senioren übers Ohr gehauen werden, greift er ein. Wir stoppen jetzt die Veranstalter, wir gehen jetzt rein und machen den Laden dicht. Geil, Ehre. Stitz verdirbt den Veranstaltern immer wieder das Geschäft. Einschüchtern lässt er sich nicht. Ja, Mann, Ehre. Sie können heute abgemahnt werden als Mitstörer nach diesem Gesetz. Mitstörer, Paragraphen 63 BSTPO. Ich behält mit drin. Lagebesprechung in der Küche der Betmanns. Uwe und Susanne haben eine Einladung erhalten. Eine Ausflugsfahrt mit Schiffstour. Alles gratis. Sie sind skeptisch und haben deshalb den Ex-Polizisten Bernhard Stitz informiert. Ein Tipp von der Verbraucherzentrale. Und nach meiner Erfahrung, die Schiffstour, die hier angeboten wird, wird nicht stattfinden. Also nicht enttäuscht sein. Die Betmanns werden trotzdem mitfahren. Bernhard Stitz brieft sie, wie sie sich verhalten sollen. Ich gehe mal davon aus, dass gleich so ein einsam gelegener Gasthof aufgeregt werden wird. Und wenn sich dann einer von euch traut, gleich mal zu fragen, was mit der Schiffstour. Sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne weiter. Der Spruch ist ja typisch für die Ganoven. Genau. Auch Karin ist mit dabei. Die 77-Jährige kämpft seit Jahren zusammen mit Bernhard Stitz gegen Kaffeefahrten. Cool, Ehre. Wir halten Verbindung draußen vor und sobald es da zu einem Verkauf kommen wird, sind wir dann dabei mit der Polizei und Autosamt. Ja. Da bin ich immer gespannt. Wir auch. Was heute so abgeht, ja. Sehr cool. Ja, wirklich ein guter Mann. Das ist auch mal wieder so, dass da ein pensionierter Polizist das machen muss, ist schon peinlich. Da müsste die Polizei selbst reagieren, aber es fällt wie immer überall an Menschen. Ausgestattet mit einer versteckten Kamera und einem Ortungsgerät, wartet das Undercover-Team an der Bushaltestelle. Mit ihm viele andere Teilnehmer, alles Senioren. Die meisten von ihnen glauben an die versprochene Schifffahrt auf dem Steinhuder Meer. Ahnungslos steigen sie ein. Fünf Millionen Deutsche nehmen jährlich an solchen Ausflugsfahrten teil. Bernhard Stitz fährt nicht mit. Er ist schon zu bekannt bei den Veranstaltern solcher Reisen. Er verfolgt den Bus mit einigem Abstand. Nach 20 Minuten die erste Nachricht. Unsere Undercover-Senioren teilen gerade mit, dass das... Undercover-Senioren, auch geil. ...nach Isernhagen gehen soll. Soweit meine Kenntnisse ausreichen, ist das wohl nicht das Steinhunde Meer, was wir jetzt anreisen werden. Gibt oft, diese Fahrten. Gibt sehr oft, Edward, das sind diese Flyer in den Briefkasten, wo drauf steht, Glückwunsch, sie haben gewonnen. Ja, und dann werden die verarscht. Sie haben eine Kaffeefahrt, eine Rundreise, eine Schifffahrt, einen Ausflug, kostenlos und Werbegeschenke und bla bla bla. Gibt es sehr, sehr oft in Deutschland. Mal abwarten. Der Bus fährt eine weitere Haltestelle an. Noch mehr Teilnehmer steigen ein. Laut Einladung sollte die Fahrt kostenlos sein. Doch nun kassiert der Fahrer von jedem Teilnehmer drei Euro. Warum kostet das denn jetzt was? Na, das stand doch auf der Einladung drauf. Also auf meiner nicht. Nach meiner Erfahrung, nach über 100 Kaffeefahrten, die ich begleitet habe, ist die Wahrscheinlichkeit nahezu bei 100 Prozent, dass das, was versprochen wird, nicht eingehalten wird. In dem Fall ging es um diese Schifffahrt. In anderen Fällen werden Fahrräder angeboten, Fernseher. Alles Mögliche wird als Gewinn versprochen. Aufgrund eines Jubiläums oder aufgrund eines Preisausschreibens. Versprechen müssen eingehalten werden. Doch meist passiert das nicht. Achtung, die nächste Nachricht ist eingegangen hier von unseren eingeschleusten Allercover-Agenten. Wir fahren jetzt nach Husum in die Alte Mühle. Husum in Niedersachsen ist gemeint. Stitz vermutet, dass hier gleich ein Verkauf stattfinden wird. Ohne Anmeldung wäre das illegal. Überall in Deutschland. Die ersten Teilnehmer werden skeptisch. Fahren wir noch zum Steinhuder Meer auf die Schifffahrt? Wollen Sie da etwa nicht hin? Ja doch, unbedingt. Na sicher fahren wir da hin. Das ist doch der Zweck dieser Reise. Wie asozial. Es gebe jetzt... Wie asozial. Na wollen Sie da nicht hin? So die armen Leute sind verunsichert und der macht so dumm. Bei unserer Generation, als wenn wir alt sind, wird das nicht mehr klappen. Hoffentlich, weil wir Bescheid wissen. Naja. Ich glaube nicht alle sind so informiert. Das verspricht der Veranstalter. Bernhard Stitz beobachtet die Situation aus einigen hundert Metern Entfernung. Die Leute sind darauf angewiesen, dort zu bleiben. Die können sich nirgends anders aufhalten, die nächsten zwei, drei, vier, fünf Stunden. Sondern sind richtig festgenagelt da an dem Gasthof. Von hier weg kommt so leicht keiner. Umso leichter ist es für den Verkäufer, seine Gäste einzuschüchtern. Einige Herrschaften bekommen heute so einen original verpackten Handycomputer als Geschenk. Hier und heute mit nach Hause. Aber hier im Saal sitzen einige Gäste, die kann ich nicht leiden. Von der ersten Sekunde an schon nicht. Und wenn ich jetzt so teure Geschenke verschenken darf, wen suche ich mir da aus? Doch jemanden, der mir sympathisch ist, oder nicht? Wie asozial, ey. Wie fucking asozial. Richtiger Bastard. Würde ich am liebsten hinfahren und in die Fresse polieren, gell? Nach diesem Prinzip laufen viele solcher Verkaufsveranstaltungen. Doch noch kann Bernhard Stitz nicht eingreifen. Ajo, sind die da gefangen? Ich meine, die sind in den Bus eingestiegen. Ich meine, wenn die aufstehen, können die einfach gehen, aber die sind da mitten im Nichts, so, ne? Die müssten sich erstmal ein Taxi besorgen und so. Und die meisten haben ja kein Handy oder wissen die Handynummer nicht oder können das nicht googeln. Wir sind ja eine ganz andere Generation. Die müssten erstmal jemanden anrufen und dann herausfinden, wo die überhaupt sind. Für uns ist es ein Google-Blick, Google Maps, zack, eine WhatsApp-Standort und wir wissen, wo wir sind und schicken hilfelos. Aber die müssen erstmal herausfinden, wo sind sie denn? Wie kommen sie weg? Das Problem ist jetzt, bis jetzt ist nichts passiert. Also das Frühstück darf es geben, solange nichts verkauft wird. Das heißt, wir müssten jetzt hier warten, bis der erste Verkauf stattgefunden hat. Bis dahin wird Stitz mit Karin in Verbindung bleiben. Seit zwölf Jahren gehört sie zum Undercover-Team des pensionierten Polizisten. Gemeinsam mit ihrem Mitstreiter Rolf Jort hat die 77-Jährige schon einige Einsätze mitgemacht. Ich hab's ja auch schon erlebt, wenn ich zu viel gesagt hab, dann ist der Adjutant von dem Redner gekommen, hat mir eine Handvoll Bonbons hingelegt und gesagt, ich soll erstmal die Bonbons lutschen und die Klappe halten. Zu mir hat letztens auch einer gesagt, weil ich zu laut war, hier, machen Sie mal weiter, ich schmeiß Sie gleich raus. Auch ein Veranstalter. Sobald die verkauft haben, sind Sie weg. Ja, das geht ratzefatzig. Wenn Sie den Mund aufmachen, wenn Sie sich vorstellen, dann sind Sie weg. Da gibt's nochmal einen Gutschaden, nochmal extra drauf zu. Die Einladungen ähneln sich. Angepriesen werden gratis Ausflugsfahrten und Geschenke über Geschenke. Man glaubt das gar nicht. Für Ehepaar gibt es selbstverständlich die doppelte Menge und nochmal eine Espresso-Maschine mit dabei. Siehe, Foto oben, da ist sogar noch mit ein Bild von dieser Maschine da, das ist unglaublich. Auf der Rückseite hier steht auch nochmal dabei gepackt, hier nochmal zusätzliche Geschenke. Für die Dame nochmal, da gab's nochmal ordentlich was hier. Ein Topfset nochmal dazu. Ja, nur was Sie nicht da reinschreiben, ist, dass du diese Geschenke ja alle nur bekommst, wenn du auch was gekauft hast. Ja, das wollen Sie ja auch nicht. Das ist ja das, was zieht. Wenn Sie das reinschreiben würden, dann würde ja keine Mitfangen. Richtig. Also so doof sind Sie ja auch nicht. Im Grunde genommen haben Sie sich damit gelockt. Zurück am Einsatzort im Niedersächs... So was gibt's leider in Deutschland. Ich würde mich interessieren, ob es in anderen Ländern auch so was gibt. Alter, so viel gratis, da würde ich niemals glauben, in keiner Welt. Ja, aber die Rentner, die Omis, Opis, ne? Die haben niemanden zum Reden, können das niemanden wahrscheinlich sagen oder so, sind einsam und dann fallen die auf so eine Scheiße halt ein. Ist bei Ihnen ein Wanderlager angezeigt zur Alten Mühle? Wenn ja, ja, ist es nicht, nein, keine Ahnung, ja. Es liegt keine Anmeldung vor. Das heißt, hier darf kein Verkauf stattfinden. Das scheint den Veranstalter aber nicht zu stören. Er präsentiert den Senioren jetzt eine Matratze. Für stolze 2.900 Euro. Weil das keine normale Matratze ist. Diese Matratze kann Demenz stoppen. Wie geht das? Das ist der Hauptnervenstrang, der hier einmal durch die Wirbelsäule läuft. Und wenn hier zu viel Druck drauf ist, wird unser Gehirn minder versorgt. Und das löst im Alter die Demenz aus. Die Matratze minimiert hier den Druck und stoppt damit die Demenz. Also, greifen Sie zu. So ein Bastard, Alter. So ein verfluchter Bastard. Gott, triggert mich diese Doku gerade. Dieses Stück Scheiße, ehrlich. Sie merken das doch, dass Sie schon langsam schusselig werden. Über 4 Stunden redet der Verkäufer auf die Senioren ein. Doch niemand will die teure Matratze kaufen. Und auf einmal hat es der Mann sehr eilig. Ich muss den Bus überbrücken, der springt nicht an. Und ihr wollt ja noch ans Steinhuder Meer. Das kommt Karin merkwürdig vor. Sie schlägt Alarm. Bernhard Stitz will wissen, was da los ist. Und gibt seine Tarnung auf. Und dann sagt er, 13 Kunden, die das kaufen. 29,90. Ja, und die das kaufen, die kriegen noch tausendmal Höheres an Preisen. Du hast doch gar nicht bekommen mehr. Die Unruhe nutzt der Verkäufer, um in seinem Wagen zu verschwinden. Bernhard Stitz fragt beim Busfahrer nach. Hallo, schönen guten Tag. Geht es noch zum Steinhuder Meer? Bitte? Geht es noch zum Steinhuder Meer? Ja, ich krieg das per Telefon gesagt. Sie kriegen gleich Bescheid. Achso. Es wurde ja versprochen. Der Busfahrer hat... So schlimm, ey. Ruf rennt da noch schlimmer als alles andere. Mein Moin, Rebbel. Schönen guten Abend. Rentner sind wie Kinder. Alle reden durcheinander. Es ist so, ne? Man wird im Alter einfach nochmal... So, man... Ja, man fällt halt nochmal zurück. Also, ich bin jetzt schon nervig. Bin bei allen Sinnen. Ich will gar nicht wissen, wie abgefuckt nervig ich bin, wenn ich irgendwann mal eher alt werde. Holy shit. Tut mir meine Lebensabschnittsgefährtin, Freundin, Partnerin, Ehefrau schon jetzt schon leid. Hat gar keinen Plan, bekommt die Route von irgendjemandem am Telefon gesagt. Auf einmal taucht die Gastwirtin auf. Wenn Sie Ihre Räumlichkeiten wieder besseren Wissens an solche Ganoven, bleiben es ja, vermieten, dann sind Sie dran. Dann können Sie abgemahnt werden als Mitstörer zum Schutz nach dem Gesetz zum Schutz vor unlauterem Wettbewerb. Da werden einige tausend Euro auf die Zukunft, die Sie bezahlen müssen. Ich weiß nicht, ob es jetzt auf Dauer lohnt. Nein, das stimmt nicht. Ich habe wieder auch das Behörde telefoniert. Ja. Die wissen das. Die wissen auch, dass sie ja schon mal so was stattgefunden haben. Die sagten wir, heute darf nichts stattfinden. Antin. Ja, ist so, bis halt ein Kind mit Lebenserfahrung. Brauchst du da Windeln, keine Zähne, etc. Hello, Gwen, 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 Gadbred, 5. Wunderschönen guten Abend, bienvenido, good night, good evening, whatever. Das Telefon ist jetzt das Busunternehmen, das der Veranstalter für diese Fahrt gebucht hatte. Hallo. Es ist so abgesprochen worden mit dem Veranstalter heute, dass nach dieser Veranstalter im Gasthaus es wieder die Bushaltestellen zurückgeht. Ist das richtig so? Ja, haben wir gesagt. Alles klar. Alles klar. Gut, dann fahren Sie jetzt die Bushaltestellen zurück. Das wollen wir ja nur wissen. Also sollte es von Anfang an gar nicht zum Steinhuder Meer gehen. Sie fahren ja jetzt nicht zum Steinhuder Meer. Der Fahrer ist gebucht worden von dem Herrn dort drin. Und hiermit ist die Reise beendet. Und Geschenk haben wir auch nicht bekommen. Haben Sie auch nicht bekommen? Nein, bitte, ja. Das war eine Kaffeefahrt. Auf Kaffeefahrten werden viel versprochen, damit die Leute hinkommen. Sie werden hier auch bei der nächsten Kaffeefahrt billig Produkte für viel Geld einkaufen können. Bis auf ein kostenloses Frühstück wurde keines der gegebenen Versprechen eingehalten. Immerhin Frühstück. Die Ordnungsbehörde ist trotzdem nicht eingeschritten aus Personalmangel. Oh, nee, oder? Aber das ist so typisch Deutschland wieder. Ich könnte kotzen. Das ist ja so wieder typisch Deutschland. Die Ordnungsbehörde ist nicht eingeschritten wegen Personalmangel. Ey, da fällt mir einfach nichts mehr ein, oder? Also da fällt mir nichts mehr ein. Also, da hätten die Leute hops nehmen können. Die hätten da ordentlich was Gutes machen können. Aber nein, nicht genug. Ey, sowas gibt es in Spanien zum Beispiel nicht. Ja, da kommt die Stadtpolizei sofort. Ja, und werden Personalien festgestellt. So, das Erste, eine Identitätsfeststellung. Da kann man immer noch alles ahnden und herausfinden, was ist da passiert. Welche Straftaten. Aber das, ah, das. Deutschland ist so lost, ey. Auch Ingrid Friedrich. Die haben doch Leute hops genommen. Ja, in dem Fall noch nicht. Der ist doch abgehauen. Ich habe vor einiger Zeit an einer Kaffeefahrt teilgenommen. Sie hat dabei viel Geld verloren. Die Rentnerin hat sich ein teures, aber nutzloses Nackenmassagegerät aufschwatzen lassen. Wie viel haben Sie bezahlt? 2.700? Ja, 3.000 sollte es kosten. 3.000? Und dann hat er damit ja auch geködert. Wenn man Barzahlung macht, dann würde er 300 runtergehen. Weil Ingrid Friedrich kein Bargeld bei sich hat, wird sie von einem Helfer des Verkäufers von der Reisegruppe getrennt. Und dann hat er mich doch tatsächlich hier nach Hause, nach Lüneburg gefahren. Ich sage, ich habe aber zu Hause das Geld nicht. Dann musste ich noch zu meiner Sparkasse. Ja, Sie brauchen mir ja nur zu zeigen, wo das lang geht und so. Die Geldübergabe lässt sich Ingrid Friedrich quittieren. Doch eine einfache Unterschrift nützt ihr nichts. Das kann alles möglich sein. Leider kein Adressat dabei, kein Name, kein Widerspruch. Ja, und er hat gesagt, ich würde das alles zugeschickt kriegen. So haben die Ganoven gearbeitet vor 30 Jahren schon. Das ist wirklich ärgerlich. Und dass sie immer noch da durchkommen. Bei der Mehrheit immer noch. Weil es noch zu viel Dove gibt. Es reicht ein einziger. Und in dem Fall reichten sie ja. Geschenke haben wir auch nicht gekriegt, haben die Alten im Bus gesagt. Die haben die Leute doch hops genommen. Die mussten für die Fahrt bezahlen, auch wenn es nur 3 Euro waren. Und dort drin haben einige Sachen gekauft. Ne, haben die nichts in dem Fall, oder? Die hat dann eben so ein Serum gezeigt. Ich glaube, das hat sie doch geschenkt bekommen. Der fährt noch dahin, nur dass sie Geld abheben. Ey, das ist so asozial. Alles klar, Becker, schlaf gut, dir noch einen schönen Abend. Die Kosten nicht nur zu decken, sondern eben auch noch Gewinn zu machen. Einen ziemlich großen sogar. Im Internet findet Bernhard Stitz ein vergleichbares Produkt für gerade mal 55 Euro. Alter, wie asozial. Jetzt fragt es mich natürlich noch mehr, ne? Ach Mensch, 2800 Euro. 2800 Euro verkauft auf Amazon, 50 Euro. Da hat man das Geld rausgeschmissen und es bringt nichts. Ja, aber... Und ich habe gehofft, du hast vielleicht eine kleine Erleichterung, kannst du durch den Tag besser leben. Aber dass das nun wirklich gar nichts ist, da habe ich ja auch nicht mit gerechnet. Ja. Sie stehen aber nicht alleine da. Also wir machen da, was wir da können in der Sache auch. Und mal schauen. Wir werden in Verbindung bleiben in den nächsten Wochen, wenn wir mit ihr dann telefonieren. Sie bekommen nachher noch mal die Telefonnummer. Das ist gut. Und dann, äh... Echt ärgerlich. Ich überlege mir das dann oft auch. Die haben ohne Schrauben... Yvonne schreibt genau das, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich dann noch was unternehmen oder so... Da bin ich ja zu spät darauf gekommen, dass ich zur Polizei vielleicht kommen sollte. Weil ich mir gesagt habe, die sagen ja auch, wenn du so blöde bist, dann brauchst du gar nicht mehr zu uns zu kommen. Das geht dann gar nicht. Das ist Betrug. Das ist Betrugsverstraft. Genau darauf setzen die Verkäufer. Nur die wenigsten Fälle werden bei der Polizei angezeigt. Aber Bernhard Stitz wird diesen Fall weiter verfolgen. Eine Woche später der nächste Einsatz für die Rentner. Lagebesprechung am frühen Morgen. Eine ganz fantastische Einladung heute. Ganz einfach. Ganz schlicht gehalten hier. 880 Euro werden versprochen für dich. Toll. Die wirst du nicht bekommen. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn du mir das dann... Das hast du, die würde ich aber haben. Ein Anrecht hast du natürlich drauf. Wenn etwas versprochen wird, muss es eingehalten werden. Dann fragt bitte gleich mal danach, wie das damit aussieht mit den 880 Euro. Und wenn der Verkauf stattfindet, auch bitte dann Bescheid geben. Ey, ich mach das safe. Wenn ich Rentner bin, fick ich die alle. Aber ich hol dich die Polizei. Ich geh da rein und wenn die mich verarschen, hol ich das Pfefferspray raus. Pfeffer die. Hol den Taser. Und dann taser ich die alle so weg, bis sie knusprig sind. Personalmangel bedeutet, dass nicht genug Personen da sind, die arbeiten können. Ja, also zum Beispiel bei mir auf meiner Polizeistelle, wir sind nur 10 Leute und wir 10 haben gerade Arbeit und müssen gerade irgendwas machen. Und dann ruft jemand an und braucht Hilfe, dann können wir nicht kommen, weil nicht genug Personal da ist. Die Vorgehensweise bleibt wie gehabt. Karin gibt sich als Teilnehmerin aus. Begleitet wird sie diesmal nur von einem Kameramann. Der Reisebus fährt noch zwei weitere Haltestellen an. Insgesamt steigen 17 Senioren ein. Dann geht es über die Autobahn. Erst zwei Stunden später teilt der Busfahrer über Lautsprecher den Zielort mit. Es geht zu einem Gasthof ins niedersächsische Dorfmark. Zwei Stunden später. Dort werden sie schon sehnsüchtig erwartet. Ich habe schon zwei Anrufe bekommen. Die wollen wissen, wo wir bleiben. Wenn wir da ankommen, dann werden sie von den Veranstaltern in Empfang genommen. Also sprich von den Leuten, von denen sie eingeladen worden sind. Von denen sie die Post bekommen haben. Das ist superschlecht etwa. Bernhard, wir fahren nach Dorfmark zur Post. Dann nähert sich der Bus seinem Ziel. Nur der Busfahrer steigt aus. Die Senioren müssen warten. Bernhard Stitz ist auf seiner Beobachtungsposition. Nach etwa fünf Minuten verlassen Verkäufer und Busfahrer den Gasthof. Die Reisegruppe wird weggefahren. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Was haben die es bemerkt? Stitz fragt bei den Gastwirten nach. Moin, ich komme zu spät. Was? Ich komme zu spät. Hier sollte doch gerade eine Veranstaltung stattfinden. Keine Ahnung. Sind Sie der Gastwirt hier? Ja. Der Gastwirt gibt sich ahnungslos. Der Bastard. Alles Verbrecher. Er weiß von nichts. Und als ich ihn dann darauf ansprach, dass er dazu auch nichts sagen müsste, schmunzelte er. Also natürlich weiß er davon, was hier stattgefunden wäre. Was Bernhard Stitz nicht ahnt, schon sehr bald wird er diesen Gastwirt wiedersehen. Der Reisebus fährt zurück nach Hamburg, liefert die Teilnehmer wieder ab. Warum genau die Veranstalter die heutige Fahrt abgebrochen haben, weiß Stitz nicht. Ich denke, dass Sie den Busfahrer gebrieft haben, mit auf den Weg gegeben haben. Achtet darauf hin, wenn dir irgendwas komisch vorkommt. Und möglicherweise ist unser Wagen vielleicht zweimal dem Busfahrer aufgefallen. Das würde schon reichen, um Bescheid zu geben, mir ist irgendwas nicht ganz geheuer. Und dann wird das in solchen Fällen auch schon mal abgeblasen. Spannend, oder? Ja, das ist ein Busfahrer. Gerade jetzt im Frühsommer finden viele solcher Ausflugsfahrten statt. Etwa 5 Millionen Menschen fahren jährlich mit. Auch Stitz' Mutter wurde zum Opfer. Seitdem warnt er unermüdlich. Ihr werdet da gnadenlos abgezockt, ihr werdet da betrogen. Hier ist wieder ein Artikel. Schaut euch das mal an. Prägt euch das ein bei der nächsten Kaffeefahrt. Wenn ihr dann mitfahren wollt. Ich weiß, ich kann das gar nicht den Leuten ausreden. Die fahren raus, aufgrund ihrer Einsamkeit, mal einen schönen Tag zu haben. Aber sagt nein. Ein Drohbrief von Kaffeefahrtbetreibern. Alltag für Stitz. Dieser Satz. Du stehst auf der Fahndungsliste. Das nächste Mal gibts einen Arsch voll. Mir als Polizeibeamten zu drohen, Schläge anzudrohen, ist genau kontraproduktiv. Ich fahre jetzt mit, seit dem Jahr 2000 fahre ich mit und fahre sie alle gnadenlos gegen die Wand, diese Veranstaltung. Alter, ja, da ist er jetzt getriggert. Da denkt er sich, ihr Bastarde. Jetzt erst, wäre bei mir genauso. Also ich hätte auch gesagt, ihr droht mir. Schick euch, Alter. Holy shit. Hätte mich das getriggert. Holy, also da wäre ich sowas aus von, oh Mann ey. Da wäre ich mitgegangen. Geil, Alter. Arsch voll. Ich fahre jetzt mit, seit dem Jahr 2000 fahre ich mit und fahre sie alle gnadenlos gegen die Wand, diese Veranstaltung. Der Drohbrief kam an seine Privatadresse. Inzwischen ist Bernhard Stitz zum Schutz seiner Familie umgezogen und hat Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Ich habe mich behördlich sperren lassen. Man bekommt meine Adresse nicht mehr so leicht raus. Ich habe hier einige Sicherungsmaßnahmen vorgenommen an der Wohnung. Ich habe einen fantastischen Wachrund hier, der anschlägt schon beim leisesten Geräusch. Also ich kann hier gut schlafen, kann ruhig schlafen. Und bewaffnet ist dann die Zähne. Ein neuer Einsatz für Bernhard Stitz. Nach dem Reinfall beim letzten Mal will er diesmal noch vorsichtiger vorgehen. Der ehemalige Kommissar wartet deshalb einige Kilometer von der Bushaltestelle entfernt, auf eine Nachricht von seiner Undercover-Agentin Karin. Es soll nach Dorfmark gehen. Wer mich nicht alles täuscht, ist dieses Dorfmark, das Dorfmark, wo wir vor allem... Klar, ist er noch bewaffnet. Ja, du kannst ja ja... Obwohl er nicht mehr im Dienst ist, kannst du trotzdem eine Waffe kaufen. Und die bei dir daheim in deinen Dings... Gute Frage, ob er noch berechtigt ist, eine Waffe daheim zu haben, wenn er sie nicht mehr braucht, für die Verrichtung vom Dienst. Ja, dann ist er im Schützenverein und hat er deshalb eine Waffe zu Hause. Einiger Zeit schon mal gewesen sind dort und aufgeflogen sind. Gute Frage, muss ich mal in der Schule stehen. Diesmal findet die Verfolgung mit größtmöglichem Abstand statt. Nur dank eines GPS-Signals sieht Bernhard Stitz, wo der Bus gerade langfährt. Wir wissen vom letzten Mal, dass die Veranstalter auf jede Unregelmäßigkeit reagieren. Sofort reagieren und sofort abblasen. Und insofern müssen wir heute wirklich auf jede Auffälligkeit verzichten. Es geht über die Autobahn. Nach fast zwei Stunden meldet sich Karin erneut. Diesmal mit einer konkreten Zieladresse. Das gibt's doch gar nicht. Ich lese gerade, es geht tatsächlich wieder zu dem Ort und auch zu der Gaststätte, bei der wir neulich waren, zur Post. Also das ist wirklich besonders dreist, der Gast wird nach... Ich habe ihm ja schon angesprochen, was auf ihn zukommt. Und heute wird das auf ihn zukommen, dann wird er sich aber wundern. Geil, aber erstmal richtig dumm, die gleiche... Ja gut, wahrscheinlich günstig gemietet, ne? Don José, hallo mein lieber Ilaue, hola, buena noche, que tal, tío, todo bien? In Belarus, jeder Polizist und Soldat darf seine Waffe behalten. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Naja, ich sag's mal so, wenn es mal Stress gibt, ist es gut, wenn man eine Waffe hat. Aber gleichzeitig, wenn du irgendwann mal zu alt bist oder dumm, ist es vielleicht nicht so gut, wenn jeder eine Waffe hat. Schwierig. Ist immer so ein ambivalentes Ding, ne? Und ich könnte niemals so Geld verdienen. Ah ja, das ist das asozialste überhaupt, alte Menschen. Überleg mal, die Menschen haben ihr Leben lang gearbeitet für Geld. Ihr Leben lang gearbeitet für das Geld und jetzt werden sie betrogen. Das ist wirklich asozial. Ich bin froh, dass ein Papel bei PSG bleibt. Papel. Bueno. No sé. No sé. Mira, el tema Fútbol, estoy afuera. Yo soy de Real Madrid y del FC Sevilla, pero hace mucho tiempo que no veo más Fútbol. Yo juego Béisbol en Mannheim. Ja, aber wenn du willst, jeder kann eine Waffe kaufen. Ja, gut, aber es ist halt illegal und es ist ein Verbrechen. Illegal eine Schusswaffe besitzen in Deutschland ist ein Verbrechen. Mindeststrafe, paar Jahre Knast. Also wenn du damit erwischt wirst, gute Nacht. Reicht und die Senioren werden in den Gasthof gelotst. Drinnen sind bereits ein paar Produkte ausgestellt. Laut Einladung soll es die heute alle geschenkt geben. Und der Verkäufer macht sogar noch zusätzliche Versprechen. Halten Sie sich fest, damit Sie mir nicht vom Stuhl fallen. So ein Bastard. Was geht? Uh, wunderschöne Gute Abend, mein lieber Mann. Schön, dass du da bist. Ehrenuhr. Schön, dass du da bist. Denn als kleines Dankeschön, dass Sie mir heute zuhören, darf ich jetzt jedem Reisegast, der mitgefahren ist, eine nagelneue, wunderschöne Schmuckkollektion schenken. Das Ganze ist 98 Euro wert und ich darf es euch zu einer einmaligen und jetzt aufgepasst, einer einmaligen Schutzgebühr von nur 49,90 Euro schenken. Auch Karin bekommt eine Schmuckschatulle. Doch geschenkt gibt es hier nichts. Und hier auch mal 50? Wieso 50? 50 kostet die Schutzgebühr. Soll ich bezahlen? Ja klar. Dann will ich den Schmuck nicht. Dann lass dir das nicht geben. Du musst mal zuhören. Und jetzt nicht mehr stören. Jetzt hab ich die Schnauze voll von dir. Was für Bastarde. Alter, das ist... Wir gucken uns gerade Kaffeefahrten an, wie alte Menschen abgezogen wird. Es ist wirklich widerlich, wie die Typen mit diesen Menschen umgehen. Du musst dir überlegen, das sind hilflose alte Menschen. Und die werden einfach so gebullied. Also so, wie sagt man auf Deutsch, einfach so missbraucht, Alter. Richtig übergriffig. Ah, etwa, ich weiß nicht. Also, es ist schon okay, wenn gewisse Leute, die mit Waffen sich auskennen, eine zu Hause haben können. Aber ansonsten schwierig. Ja, es gibt verschiedene Arten von Waffenschein. Also, es gibt die Waffenbesitzkarte. Waffenschein ist nochmal was anderes. Da gibt es Unterscheidungen zwischen Waffenbesitzkarte und Waffenschein. Und so, das bekommst du bei Wish für einen Euro Schmuck, ey. Das ist so asozial. Für deinen Fittsch Euro schenken. Ein alten Heimsafe auch zu ekelhaften Menschen. Ey. Mein Donut hat schon eine geile Farbe, Digi. Ja, Mann. Neun Monate Sub. Ehre, Bruder. Ich küsse dein Herz, Mann. Guck mal, wir kennen uns noch nicht so lange. Und trotzdem bist du hier. Und andere Freunde, die ich ewig kenne, sind nie hier. Aber ist okay. So was merkt man sich. Schreibt man sich auf. Und, ne. Bruder. Dann ist das Hauptprodukt an der Reihe. Über vier Stunden klärt der Verkäufer die Senioren über die Vorteile eines sehr teuren Vitaminsaftes auf. Karin heuchelt Interesse. Und lässt sich den Preis vom Verkaufshelfer erklären. Schaut mal. Normalerweise kostet die Vitamincur ja 2498 Euro. Und weil sie ja das Glück haben, hier zu sein, bekommen sie einmal 500 Euro Rabatt. Und dann nochmal 700 Euro Nachlass. Wenn ich das gleich abziehe, dann sind es nur noch 1298 Euro. Und dann bekommen sie noch ein Geschenk kostenlos. Nein, bitte kein Clip. Mach kein Clip. Ey, schlaf gut Sky. Dir noch einen schönen Abend. Hi Mariselle, hallöchen. Ja, das ist schwierig, Edward. Zum Glück ist das in Deutschland nicht so, Mann. Hier rennt keiner mit einer Waffe rum, wenn er keine Ahnung hat. In den meisten Fällen. Von der Werbefirma auch nochmal dazu. Sie hatten Interesse an den Kochtöpfen? Die lege ich drauf. Und das müsste ich jetzt hier unterschreiben? Natürlich. Das Angebot gilt nur jetzt. Um bei einem Verkauf rechtzeitig eingreifen zu können, kontaktiert Bernhard Stitz schon mal vorsorglich die Ordnungsbehörde. Dort scheint die Gaststätte längst bekannt zu sein. Man sehe allerdings keinen akuten Handlungsbedarf. Prüfe den Sachverhalt derzeit. Sie wissen das, dass hier auch Straftaten passieren. Sie sehen da die Leute. Das sind Opfer. Und die muss man schützen, diese Opfer. Und dann wird denen irgendwas nachher erzählt. Und dann werden denen da billige Vitamine verkaufen. Das wird heute wahrscheinlich auch wieder der Fall sein. Die man überall kriegt im Discounter für ein, zwei Euro. Die werden für 1200 Euro nachher verkauft. Und da sind wir im Bereich der Straftat. Und wenn man da nicht dagegen angehen kann, gegen diese Banditen, dann weiß ich nicht, was noch passieren muss. Das ist so asozial. Das ist Strafvereidelung. Das ist Strafvereidelung. Wenn du von der Straftat hörst, musst du das sogenannte Legalitätsprinzip. Paragraf 152. In Deutschland. Paragraf 152 Absatz 2 StPO. Nach dem Legalitätsprinzip ist die Staatsanwaltschaft bei Vorliegen eines Anfangsverdachtes verpflichtet, Ermittlungen durchzuführen und Anklage zu erheben. Also als Behörde, als Behörde erst recht. Es ist einfach das, also asozial, hoch 10, dass du bei einer fucking Behörde anrufst. Und die dir sagen, ja, das wissen wir, aber wir haben nicht genug Leute. Wir können da niemanden rüberschicken. Die Alten sollen halt mal nichts unterschreiben. So, hier, das ist eine Gefahr. Eine Gefahr im Verzug. Weil, eine Gefahr stellt dar, wenn die Rechtsordnung oder Rechtsgüter verletzt werden. Ein Rechtsgut ist Leben. Das weiß ich gerade, weil ich lernte, das seit drei Tagen auswendig den Scheiß. Ja. Und die Rechtsordnung ist, wenn Gefahr, Leib, Leben oder auch Eigentum. Ja, und dazu gehört natürlich sein Geld. Gefahr laufen, gemindert oder bestohlen zu werden. Da müssen die eingreifen. Ich hätte die verklagt, Alter. Ich schwöre es dir, wenn ich da angerufen hätte und die hätte mich so abgefedert. Ich hätte die so verklagt. Habt ihr die Befürchtung, scheiße, dass es nicht mehr so lange dauert, so wie in den USA? Was meinst du, dass die Leute hier alle bewaffnet rumrennen? Ey, Digi, ganz ehrlich. In manchen Fällen wäre es gar nicht so schlecht. Weil das Problem ist in Deutschland, zum Thema Schusswaffen mal kurz zu kommen, dass meistens die falschen Leute die haben und sich der normale Bürger nicht wehren kann. Ja, der Verbrecher kommt an eine Waffe ran. Der normale Bürger nicht. So, weißt du, was ich meine? Also, wer kommt da? Keine? Dann weiß ich nicht, was noch passieren muss. Keine Hilfe von der Ordnungsbehörde. Dann meldet sich Karin. Der Vitaminsaft wurde verkauft. Bernhard, okay, ich rufe die Polizei an, ja? Ich rufe die Polizei an. Okay, danke schön. Guten Tag, mein Name ist Bernhard Stietz. Ich möchte einen Betrug melden, der jetzt in dem Moment stattfindet. Billige Vitamine werden hier für 1200 Euro verkauft. Okay, danke schön. Danke schön, bis gleich. Danke, ciao, tschüss. Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. Was schreibt er da? Okay. Hey, GDP-Papier habe ich auch. Hier rumfliegen. Ist mir direkt auf, ich habe genau den gleichen Block. Er kann erst die Polizei anrufen, wenn es passiert ist. Na ja, eigentlich ist der Versuch, also Betrug, müssen wir, müssen wir kurz gucken. Betrug, STGB. Betrug, da muss immer stehen, der Versuch ist strafbar. Da steht, wer die Absicht, dritten Vermögensvorteil, bla 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 bla. Moment, wir gucken, Versuch. Der Versuch ist strafbar. Also es muss nicht erst passieren, sondern du musst es versuchen. Das ist schon strafbar. Also eigentlich muss es nicht erst passieren. Vorher hat er bei der Ordnungsbehörde angerufen und die haben nö gesagt. Ja, irre, oder? Wieso hat er da nicht direkt bei der Polizei angerufen? Weil die Zuständigkeit rein rechtlich eigentlich erst die Ordnungspolizei ist. Aber jetzt wird es ein Eilfall, weil es ja gerade passiert und es akut ist. Somit kommt jetzt die Polizei. Es ist ein bisschen schwierig, das rechtlich aufzudröseln. In Deutschland, ich sage ja, in Deutschland, die Polizei, in meinen Augen, jetzt, der seit sechs Jahren verschiedenste Behörden im Polizeibereich durchlaufen hat. Das ist einfach nur shit, einfach nur shit. Okay, danke schön, danke schön, bis gleich. Triggert euch maximal. Ah, sehr schön. Kollegen, komm hin. Ich freue mich. Stitz empfängt die Ermittler ein paar hundert Meter vor dem Einsatzort. Moin, 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 ich hau unter das Stitz-Polizei-Beamte in den Nürnstein. Alles klar. Wir regeln eben nach vorne, Landgefahrt von der Ermittlung. Ach, hab ich gar nicht. Die kommen jetzt auch mit hin. Sehr schön, prima, vielen Dank. Wir kommen hinterher. Dankeschön, vielen Dank. Doch schon ein paar Sekunden, nachdem die Polizei den Gasthof gestürmt hat, steht Stitz vor verschlossener Tür. Hinter der Glastür das Ehepaar, das den Gasthof führt. Machen Sie mal bitte die Tür auf. Ich mach gar nichts. Das ist doch alles legal hier. Sie haben das doch angemeldet bei der Autosbehörde. Dass die Gastwirtin uns nicht reinlassen will, spricht für sich. Ja. Sie hat ein schlechtes Gewissen, zu Recht. Wenn sie ihr Räumlichkeiten für Straftäter zur Verfügung stellt, ist das natürlich sehr ungünstig, um das mal freundlich zu formulieren. Drinnen beendet die Polizei die Veranstaltung. Den Verkäufern drohen 1000 Euro Bußgeld, genauso wie den Gastwirten. Während die Ermittler alle Personaldaten aufnehmen, kassiert die Wirtin noch das angebliche Gratis-Mittagessen ab. Ja. Gratis-Mittagessen. Dann geht's für die Senioren über den Hinterhof zum Bus. Asozial. Ja, es ist lächerlich. Eigentlich zu mir im Straftatenbereich. Ja, normalerweise, je nachdem, gibt's in Baden-Württemberg gibt's auch die Krawatte. Aber in meiner Behörde nicht. Aber gut, normalerweise, ja, Krawatte. Das sind so Zielkrawatten, ne? Falls jemand zieht, ist es so, so eine Knipp-Krawatte. So eine Fake-Krawatte. Aber es sieht schick aus. Ähm, ja, das Bußgeld beläuft sich bei 1000 Euro, aber da kommt auf jeden Fall eine Anzeige wegen Betrug hin und es ist eine Straftat. Und, äh, haben wir das noch offen? Normalerweise muss, äh, da stehen, ähm, mit Freiheitsstrafen von einem Jahr bis zu 10 Jahren. Im Mindestschwerden, Mindestschwerden-Fällen mit Freiheitsstrafen von 6 Monaten bis zu 5 Jahren. Ne? Also, wenn der Betrug als Mitglied einer Bande kann auch gewerbsmäßig, und es ist ja schon Banden, Kriminalität, weil die das ja, also kann da schon nochmal ins Höhere gehen. Dann sind wir bei 2, 6, 4. Moment, computer Subventionsbetrug. Ja, und da beginnt es schon mit 5 Jahren. Ja, also das, äh, subsumieren, wird immer schlimmer. Die kassiert, ne, ist kein Magnet, ist so ein Knipp. Du tust die hinten quasi rein knipsen. Die, die kannst du einfach abziehen. Wenn jemand an einer Krawatte zieht, ist sie einfach weg. Die kassiert jetzt fast Mittagessen ab. So, asozial, ne. Ich hätte den Scheiß gezahlt. Die Frage an den Busfahrer, finden Sie das wirklich schön, was Sie hier machen? Senior zu einer Treibjagd hier fahren, dass man sie abzocken kann. Und was passiert hier? Sie werden freiwillig, freiwillig von Straßdämen über den Tisch gefogen. Sie sind, sie sind beteiligt daran. Sie sind beteiligt daran. Sie wollen auch nur mit, hier will noch jemand mit. Hier will noch die Dame mit. Dieser Busfahrer ist wirklich einer von den Bösen, das kann ich ruhig mal so sagen. Er schiebt seine Verantwortung auf die Senioren, die fahren ja alle freiwillig mit, die sind alle alt genug. Aber was mit denen hier passiert, mit diesen bedauernswerten Menschen, das sieht er nicht, das will er nicht sehen. Stitz findet, sowohl Busfahrer als auch Wirte machen sich mitschuldig. Ja. Erfolgreiche Einsätze bedeuten für Bernhard Stitz auch immer noch etwas Nacharbeit. Mittlerweile sind fast drei Wochen vergangen. Zu Hause in Flensburg hat der pensionierte Polizist die Arbeit seiner Kollegen verfolgt. Es gibt gute Nachrichten. Die Käuferin hat noch im Beisand der Polizei, hat sie den Kaufvertrag rückgängig gemacht. Der Kaufvertrag wurde zerrissen. Die Polizei hat, was mich sehr freut, dann auch eine Strafanzeige geschrieben und die dann zur Staatsanwaltschaft weitergereicht. Mit der Bitte dort eine Entscheidung zu treffen, inwieweit da noch weiter ermittelt werden soll. Schön. Vier Wochen später ist Bernhard Stitz erneut zu Gast bei Ingrid Friedrich. Die Rentnerin hatte sich bei einer Kaffeefahrt ein nutzloses Massagegerät für 2700 Euro aufschwatzen lassen. Auf Anraten von Stitz hatte sie den Betrug angezeigt. Und, ist das rausgekommen? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie ja keine gute Nachricht erhalten. Nein. Die haben mir Post bekommen. Ja, die haben einfach mir geschrieben, die haben das Verfahren eingestellt. Jetzt die Staatsanwaltschaft. Ja. Darf ich das mal sehen? Das Schreiben haben Sie das. Ja, gerne. Sehr geehrte Frau Friedrich, das Verfahren ist eingestellt worden, weil der Täter nicht ermittelt werden konnte. Wenn keine neuen Anhaltspunkte bekannt werden, ist das Thema durch. Es wird ein nicht gleich geschredderter Vorgang, aber den rührt keiner mehr an. Kein Staatsanwalt und kein Polizeibeamter rührt man diesen Vorgang an. Das ist das Geld. Ja, du sagst schon gerade das gleiche Sachen etwa, du spürst dir. Muss ich Ihnen leider so mitteilen. Also keine Hoffnung. Ja, siehst du, jetzt kriegst du die Schläge dafür, wenn man so blöde ist. Ja. Hoffentlich machst du es nicht wieder. Bernhard Stitz kann in diesem Fall nichts weiter tun. Traurig machen. Versprechen Sie mir, nicht mehr mitzufahren. Und wenn, üben Sie nein. Nein, nein, nein. Von nichts beeinflussen lassen. Sie werden da betrogen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich werde an Ihre Worte denken. Danke. Für Ingrid Friedrich ist es die letzte Kaffeefahrt gewesen. Bernhard Stitz wird weiterhin im Einsatz sein. Auch wenn er nicht in jedem Fall helfen kann, will er es den Geschäftemachern so schwer wie möglich machen. Geil. Geil. Gute Doku. Guter Typ. Allah. Ich sag mal so, er verbringt seine Rente sinnvoll. Ja, der macht noch was. Er macht das, wofür er keine Zeit hat. Hat mir gut gefallen, die Doku. Tut mir richtig leid. Toll, dass ich der Herr Stilz seine Freizeitzeit dafür einsetze, Senioren zu schützen. Respekt. Gott sei Dank gibt es noch Menschen wie Herrn Stilz oder Stitz. Dieser Stitz, ein richtiger Ehrenmann. Muss ich alles liken. Kann man so kalt seine Senioren verarschen. Richtige Bastarde, gell? Ich würde da beim Ordnungsamt mal richtig Ärger machen. Die haben die Pflicht, den Fall einzuschreiten, wenn sie mangelnden Personal haben, ein Amtshilfe suchen, an die Polizei zu richten. Absolute Pflichtverletzung der Herren und Damen vom Ordnungsamt. Genau so ist es. Hat er richtig. Was ist das für ein Ordnungsamt? Das riecht nach Schummelei von den Ordnungshändern. Die Ordnungshändler können nichts machen, dass sie quasi mit ihrem Bürostuhl fest verwachsen sind. Genau, sie schauen lieber, ob ein Auto nicht um 2 cm über die Parklinie überschritten hat. Oh Mann ey. Es ist so schlimm in Deutschland. Wir sind als Zivildienstleistende Mitte der 1999-Fahrten mitgefahren und haben Verkaufsveranstaltungen gecrasht, um abzustellen, dass ältere Menschen unter Druck gesetzt werden. Was die psychologisch alles versucht haben, beispielsweise die Türen zu den Zählen abgeschlossen. Wenn sie nichts kaufen, bleiben sie so lange drin, bis sich meine Rechnung stimmt. Kostet ihr alles, was so eine schöne Reise. Der schreibt so komisch, das triggert mich. Ich lese schon Schweizer. Ich finde es sehr gut, dass der Ex-Polizist Stitz aufräumen will. Danke Stitz. Ey geil. Also war eine gute Doku. War eine gute Doku, hat mir wirklich gut gefallen. Ich finde es auch ehrenvoll, dass es so Menschen wie den gibt, der wirklich noch einen Job, einen ordentlichen Job machen. Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Danke.